So, volle Magie. Ich fahr jetzt die Hand noch kurz ab. Dann mach ich diesen Stein und dann mach ich das in absoluter Ruhe. So, Hand, komm. Du stirbst. Ach, komm, fang nicht schon wieder an. Ja, ich weiß. Jetzt schnell, durch. Ja, ja, ja. Ja, ich hab's geschafft. So, eigentlich hier nicht schwer. Unbenehm entwerfen. Und, ähm. Ja, eigentlich. Oh, nicht. Hä? Scheiße. Ich bin das mal kurz noch fehl. Ja, die zweite auch noch. Nein, die kommt auch nicht hin. Ähm. Was zum Teufel? Komm auch in die Pumarang hin. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ähm. Ich weiß nicht. Ist mir leid. Auch nicht. Ich habe hier irgendwie eine Karte oder sowas. Dass ich das jetzt alles irgendwie nicht hinhauen will. Nein, nein, nein. Leute, ich mache mal einen kurzen Schnitt hier. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder da. Ich habe es jetzt herausgefunden, wie es geht. Und zwar mit dem Sommarier-Stab. Was ich nämlich... Ah, super. Was ich noch nicht wusste, den kann man auch hier so platzen lassen. Und... Ja. Machen wir doch mal. Und somit sind wir auch einen Raum weiter. Haha. Und hier gibt's Schatztroh. So. Gott. Kompass. Mit Löchern. Zehn Pfeile. Und... Ich werde sie bitte schieben. Ja, geht. Okay. Wieder nicht der... erwünschte Schlüssel. So. Mal schauen. Ah, da kriege ich noch einen kleinen Schlüssel. Ich brauche nur noch den Großen. Die Kiste dazu haben wir ja schon gefunden. Okay. Nein. Oh, super. Okay. Ich muss nochmal hier raus. Und mich rein. So. Jetzt muss es schneller gehen. Zack. Zack, zack, zack. Ach, komm. Nein. Das ist irgendwie erschmerz. Das ist irgendwie erschmerz. Das ist ein Schwarm. Den ich mache. Mal hier. Ach komm, was soll denn der Scheiß? Der Tempel nervt mich grad tierisch. Also richtig. Ja, genau. Meine Güte. Okay. Das ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich bin hier durch. Mhm. Okay. Das ist mir jetzt egal. So. Ähm. Wo komme ich jetzt raus? Ähm. Ja, man sieht. Man würde wahrscheinlich wieder sehen. Ähm. Man würde die Plattformen wieder sehen, wenn ich die Lampen anzünden würde. Ja. Da hat es mir aber relativ wurscht. Weil ich irgendwie diese Plattform auch so sehe. Mal weiter. Ich bin auf dem Weg. Jetzt bin ich wieder hier. Geil. Okay Leute, ich mach für heute Schluss Und Ja, wir sehen uns noch das nächste Mal wieder Bei Let's Play Legend of Zelda Wenn ich dann hoffentlich weiß, wo der große Schlüssel ist Und Na gut Okay Leute, bis dann Ciao